Finale. Chat, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Du hast Breaking... Oh, shit. Du hast Breaking Bad geschaut. Nee, wenn das jetzt die Frage war, dann nein. Ton. Nein, 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 nein. Oh mein Gott, wenn ich deswegen jetzt gestorben wäre. Naja, der hält schon mal fest. Mal schauen, ob das überhaupt gut wird. Wir sind nur zu dritt anstatt zu viert. Ich glaube, man spielt es zu viert, oder? Aua, 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 aua. Mal schauen, ob das der Sieg wird. Mit Gebläse ist das Game deutlich schwieriger. Ich liebe Gebläse, weil die meisten das Gebläse gar nicht... Oh mein Gott. Oh mein, das wird jetzt hier ein 50-50. Okay. Ich muss rüber. Wetten wir, meine Platte fängt gleich an zu wackeln. Oh Gott. Jetzt rüber. Warten. Wunderbar. Festhalten. Ja, ich hätte rüber müssen. Ich hätte da weg müssen. Aufnahme läuft noch. Perfekt. Wenn es ein Sieg wird, wird es auf YouTube hochgeladen. Der Typ will mich festhalten. Ich mache einen Trick. Dann kann er mich nicht festhalten. Ja, komm. Halt mich fest. Vollidiot. Vollidiot. Er hat mich festgehalten und ist dabei selber gestorben. Richtiger Vollidiot. Warte. Jetzt halten wir fest. Ah, er will meinen Mate killen. Okay. Warte mal. Und. Ah, was? Wir haben gewonnen. Wir haben schon wieder gewonnen. Zweiter Sieg in Folge. Man bekommt einen Mod hier, wenn man sehr aktiv ist. Also du bist ja gerade das erste Mal hier heute da. Äh. Dauert. Und nicht jeder bekommt einen Mod. Ist eh. Glaub mir. Ist unnötig Mod zu haben. Man muss es fühlen. Dieser Sieg ist im Mod. Ist so geil. Und wir waren nur zu dritt. GG. Beim muss gehen. Macht das. Hau rein. Hau rein. Bis dann. So. Nächster Upload gesaved. Für den 8.11. GG's.